Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal, Sofort und Gleich. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann in Just gerne im Itemshop den Creator Code Sofort und Gleich.TV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in Itemshop vom 7.12.2019 und wir haben heute im Shop zwei, drei neue Items. Wir fangen an mit Abfeuern. Ja Leute, ich bin auch wieder am Start und das Teil finde ich relativ cool. 4,5 7.5 bei 28 Wurzeln am 26. Juli 2019 im Shop gewesen, seitdem 6 mal und 21 mal im Shop. Das Auto über 3,7 von 5 bei 109 Wurzeln am 31. Oktober 2017 im Shop gewesen, seitdem 27 mal und 154 im Shop gewesen ist. Äh, du sagst gar nichts mehr zu den Skins oder was? Du kennt doch, also den kennt doch wirklich jeder. Den kennt jeder. Spectral X. Ja natürlich, aber... Spectral X, ja das ist eine super tolle Hacke. Die ist voller Regenbogenfarben. Das ist schön, aber... 4,3,5 bei 25 Wurzeln am 14. März 2018 im Shop gewesen, dann 4,3 mal und 7,6 mal mal. Jetzt gibt dir mal Mühe bei dem Video hier mit dem Shop. Da hat sie damals schon mal dieses Video da reingespielt. Das ist ein voll cooler E-Mode, finde ich. Und ähm, 4,47 von 5 bei 15,19 August 2019 im Shop gewesen, seitdem 5,27 Wurzeln am 14. März. 2,455 bei 29 Wurzeln am 14. März 2019 im Shop gewesen, seitdem 5,27 Wurzeln am 14. März. Rucksack rausfliegen. Ja, ich finde es cool. Ich finde es cool. Ähm, ja. 3,635 bei 16,19 Wurzeln am 14. März 2019 im Shop gewesen, zweimal und 7,19 Wurzeln am 14. März. Äh, weil ich mich gestern ja gefragt habe, was ist da reagiert. Ihr seht da oben drauf diese, auf den Ohren, diese komischen Dinger da, und dann diesen, ja, dieses Fadenkreuzen. Immer wenn der schießt, normalerweise siehst du das nicht? Und immer wenn der schießt, dann wird das gezeigt da. Okay, so, cool. Das ist das Reaktive. Na ja, cool ist das jetzt nicht wirklich, aber... 3,7,5,5 bei 8 Wurzeln am 14. März 2020 im Shop gewesen, 24 Wurzeln am 14. So. Stille Klingen. Stille Klingen. Neue Pig-Eggs. Neue Pig-Eggs, ja, für 500 Wurzeln am 14. Sie sehen eigentlich ziemlich cool aus, also stelle ich von mir, ich erset. 7,8 von 10. Ja, gebe ich auch 8 von 10, ja. Keine Belotung, ein Reminder. Und... Zeig mal rechts zur Diplackierung. Ja. Ja, das ist halt wieder was, so nach meinem Geschmack, das ist zwar ziemlich schlicht, aber ich finde, das sieht ganz gut aus. So, ich meine, ich habe damals immer gemacht, immer, ich komme jetzt schlicht. Ja, 300 W-Bucks, das Teil, ist gut von mir. Äh, 8 von 10, finde ich auch. Aber so ein bisschen, die hat auch noch eine Handgranate rechts und links. Ja. Hinten, was hat die da für komische Taschen da? Keine Haare. So ein Teil da. Rote Augen. Rote Augen. Okay, da gebe ich schon, keine Ahnung, 7 von 10. Ja, ja, 7 von 10, denke ich, ist, ja, es passt. 4 von 5, 4 von 5, 4 von 5 bei 3 Worts und 28, wenn ich meine das. So, jetzt kommen wir zum Eidem Shop. Übrigens erstmals, Body Credit, Kurze, Folge, Telefon, ne, Besser Credit, überhaupt. Könnt ihr eintragen, unten rechts im Vorderheim Shop und unterstützt uns kostenlos. So, wir kommen jetzt zum Eidem Shop und der Eidem Shop kriegt von mir jetzt mehr. Einfach. Von dir kriegt er jetzt mehr? Von dir? Ich würde einen Hated sogar geben. Ich finde den Hated, ich finde den nicht gut. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den YouTube-Kanal, gerne kostenlos und schaut das nächste Mal, äh, schaut das nächste Mal, äh, ne Hütte da ist. Von der Daily Shop News mit uns beiden, bis hier rein und tschüss.